3. Das Augusthochwasser der Elbe hinterließ 2002 eine Spur der Verwüstung. Nachdem es bereits tagelang geregnet hatte, fiel vom 11. bis 13. August an drei Tagen so viel Regen wie sonst im gesamten Durchschnitt des Monats. Am schwersten betroffen waren Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Sachsen waren 21 Todesopfer zu beklagen. Es gab mehr als 100 Verletzte. Entlang der Elbe kam es zu 21 Deichbrüchen und Überschwemmungen auf einer Fläche von mehr als 300 Quadratkilometern. Über 25.000 Wohngebäude und ca. 800 Kilometer Straßen mit hunderten Brücken wurden allein in Sachsen beschädigt. Der finanzielle Gesamtschaden im deutschen Gebiet der Elbe betrug ca. 11,4 Milliarden Euro. Es ist der bislang höchste materielle Schaden nach einem Flusshochwasser in Mitteleuropa. Abonnieren Sie den ganzen Tag serien! Ester bäuer Neusforsitz